Aha, der Fernt beim Training mit Kinderriegel. Na, wollt ihr auch einen? Wir und Kinderriegel? Wieso? Für eine extra Portion Milch isst man doch nie zu alt. Ja, Kinderriegel ist zarte, bekömmliche Schokolade mit dem Besten aus besonders viel Milch. Mh, zart und cremig. Raffiniert deine Trainingsmethoden. Tja, wie schon die alten Römer sagten. Was für Kinder gut ist, kann für Erwachsene nicht schlecht sein. Die Römer? Oder waren es die Griechen? Kinderriegel, der Schokoriegel für die extra Portion Milch. Kinderriegel, der Schokoriegel für die extra Portion Milch.